Und wir warten jetzt hier einfach mal, bis die Zeit abgelaufen ist, weil vielleicht hat dann nämlich diese andere Tussi da drüben wieder etwas Geld, dass wir dann gelootete Sachen verkaufen können. Ich hoffe nur, ich finde wieder zu ihr hin, aber ich denke mal schon. Mein TP hat sich nicht erholt. Okay, dann wissen wir das zumindest auch schon mal. Und wir werden uns jetzt hier nochmal in aller Gemütlichkeit umschauen und natürlich in unserem Inventar jetzt endlich mal die Sachen reparieren, die wir jetzt schon da haben. Da haben wir diese Kampfjagdflinte, die können wir mehr reparieren. Wie viel Reparatur hätte die jetzt gebraucht? Ach, dann können wir gleich noch mehrere nach dem Typ da reparieren. 51 Fertigkeit reparieren benötigt. Dann haben wir hier zwei Laserpistolen. Dann können wir die hier noch reparieren. Eine Minigun. Die können wir noch weiter reparieren. Das Trennmesser können wir nicht weiter reparieren. Oh leck, das hat schon wieder keinen Zustand mehr. Das müsste ich auch noch reparieren lassen dann wieder. Linkes Repetiergewehr. Wir haben ein Lasergewehr, Laserpistole, zwei gute Jagdflinten. Aber weiter kann ich sie nicht reparieren. Und zwei 32er Pistolen. Wir nehmen die einfach mal mit. Was haben wir denn an Kleidung, was wir noch reparieren können? Kampfrüstung und Motorradbrille. Sonst nichts mehr. Und halt hier noch die anderen Sachen. Sonstiges. Da haben wir auch wieder ganz viel Lucys versiegelter Umschlag. Ach, den kann ich wahrscheinlich nicht verkaufen, weil das ja ein Questgegenstand ist. Das kennen wir ja schon aus Skyrim und aus Fallout 4. Liegt hier noch eine Kaffeetasse rum. Aber ich habe hier doch gerade noch eine rumliegen sehen. Aktenschrank ist leer. Da oben liegen noch Kaffeetassen rum. Und wir gehen jetzt hier einfach mal in aller Ruhe und in aller Gemütlichkeit vor. Gibt es hier nicht noch irgendwo ein Klo oder einen Wasserstelle, wo ich draus trinken kann? Ich glaube, da war doch was, oder? Nach Venron Square. Tür verschlossen durchschnittlich. Da ist eine Krücke. Und eine leere Brauseflasche. Drei Nucca-Cola. Die nehmen wir wieder mit. Da ist nichts drin. Der Zentaurer hat auch nichts bei sich. So ein zertauriger Zentaurer, wenn der nicht mal was dabei hat, ey. So was. Was? Oh nein. So ein paar Mal auf den Kopf zielen. Dann geht das auch schon einigermaßen. Die Splittegranate nehmen wir wieder mit. Die hat ordentlich Wert. Das Spiel ist aus. Bleib doch mal spät. Bisschen besser treffen könnte man den. Aber so viel Munition habe ich jetzt für die auch schon nicht mehr. Ameisenfleisch und noch eine Jagdflinte. Also so viele Jagdflinten, wie ich mittlerweile habe. Die kann ich auch noch weiter reparieren hier. So. Jagdflinte zwei. Jagdflinte haben wir hier noch eine. Die kann ich dann auch verkaufen. Wenn es Haarefahrt kommt. Hier ist das andere Radio. Den Aschenbecher nehmen wir noch mit. Da ist noch eine Krücke. Die nächste Hilfkasten haben wir schon geplündert. Das Schachbrett nehmen wir mit. Und den Aschenbecher ebenfalls. Aber ansonsten sieht es hier ganz gut aus. Und im Krankenhaus gibt es natürlich Stimpex ohne Ende. Das ist natürlich richtig super klasse. Besser könnte es gar nicht laufen. Aber war hier nicht noch irgendwo ein Ding drin gestanden? Aber auch richtig... ähm... Gespenstisch schon fast. Und äh... Eine sehr... Ein sehr beklemmendes... Eine sehr beklemmende... Atmosphäre hier drin. Fast noch beklemmender... Als in Fallout 4 muss ich sagen. Also die Atmosphäre, die bringt es... Dieses Game hier noch ein bisschen besser rüber, finde ich. Hier ist natürlich auch nochmal was drin. Und jetzt habe ich gerade wieder was gefunden, um das zu lesen. Hier... Medizin um eins erhöht. Das ist doch super. Das freut das Omni-Herz. Noch mehr super Mutanten hier. Ah, das hier muss der OP-Saal sein. Das sieht doch ganz nach einem OP-Saal aus. Aber hier können wir nichts machen, komischerweise. Außerdem erste Hilfekasten öffnen. Und plündern. Hier ist ein Safe. Und hier ist ein... Ein... Ding. Ein... Ein Terminal, das ich nicht öffnen kann. Und ein weiterer... Erste Hilfekasten mit Stimpeg und Radeaway. Ha. Es ist zwar kein Wasser... Brunnen, aber wenigstens ein Waschbecken. Und daraus kann man ja auch trinken. Hier alles kaputt und zerstört. Brauchen wir das Messer? Ne, es hat nicht mal... Nicht mal einen Wert. Es hat nur 0,5 Wert. Aber auch irgendwie gruselig. Ist da was drin? Leere Spritze. Ja, nehmen wir mit, weil die hat Wert. Das Messer. Gewicht 1, Wert 6. Ja, nehmen wir mit. Der andere Metallkiste ist leer. Sonst haben wir hier nichts weiter zu sehen. Schreibtisch ist leer. Was ist da in dem Aktenschrank drin? Ein Briefbeschwerde und ein Vorkriegsgeld. Das können wir mitnehmen. Schmutzige Vorkriegsfreizeitkleidung. Ne, das braucht man nicht. Das ist zu unwertvoll. Zu wenig wert. Die Kroncork nehmen wir mit. Und das Clipboard. Ja, nehmen wir auch mit. Die Kaffeetasse nehmen wir mit. Die Blechdosen. Ist da was drin? Altmetall, Lackierpistole und Wunderkleber. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da was drin. Oh ja. Ja, sehr schön. Was zu essen. Ordentlich Nahrung und so weiter. Alles drin. Sehr schön. Haben wir hier noch was wertvolles? Irgendwas interessantes? OP-Schlauch. Wert 10, Gewicht 1. War nicht der OP-Schlauch früher noch wesentlich schwerer? Habe ich den jetzt mit Skills leichter gemacht? Oder Ledergürtel, Gewicht 1, Wert 5. Toll, jetzt bin ich überlastet. Essen wir ein Rad-Kakalaken-Fleisch. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und wir gehen zurück zu dieser einen komischen Dingens da. Zu dieser einen komischen Frau. Alter, aber die ist ja ganz weit unten. Dann reisen wir nach Rivet City, um die Sachen zu verkaufen. Das geht schneller. Das geht schneller. Ich meine, wir sind ja jetzt hier und dann können wir gleich wieder hier hinreisen. Daten. Weltkarte. Ich hoffe, es ist nicht finster, wenn ich dann ankomme. Ne, es ist noch hell. Sehr gut. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Der Unterleib bewegt sich, die Beine und der Arsch. Aber der Ding bleibt fast fast stehen. Oder meine ich das nur? Ne, der bewegt sich. Es schaut aus, als wäre der damit aus zwei Dinger zusammengesetzt. So. Okay, erst einmal alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Packen wir mal die Waffe weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Hallo. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie es einfach. Andernfalls lassen Sie die Finger vom Abzug. Ich will keine Unfälle. Ich will was verkaufen. Dieses Genie? Ja, hab von ihm gehört. Soll Rivet City gebaut haben. Die denken wahrscheinlich, dass er auch das Brot erfunden hat. Idioten. In letzter Zeit wurden ihm sogar die Schuld für die Geräusche im defekten Bug gegeben. Jeder mit einigermaßen Durchblick weiß, das sind nur Meyerlux. Ah, ich möchte Kriegsgerät kaufen. Was suchen Sie denn? 450 Korken. Der hat ein paar Sachen. Brennstoff für den Flammenwerfer. Chinesisches Sturmgewehr. Fettmann, Flammenwerfer, Hochleistungsstrahlenanzug. Kampfrüstung, Luftgewehr, Munition dafür. Und ein Trennmesser. Komm, ich nehme das mit. Ich nehme das Trennmesser mit. Dann habe ich zwei zur Verfügung. Dann sind die nicht so schnell aufgebraucht. Die anderen Sachen verkaufen jetzt trotzdem. Akzeptieren. Jetzt nicht. Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer viele Munition auf Lager. Ja, das ist sehr gut. Ich wollte aber noch mein Ding aufsetzen. Meine Perücke. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie es. Ja. Ich möchte was reparieren. Dann wollen wir uns das Zeug mal ansehen. Mein Trennmesser. Preis 8 Kronkorken. Preis 75 Kronkorken. Kronkorken. Messer, Flammenwerfer und die Kampflinte. 196 Kronkorken. Oha. 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 Puh. Nehmen wir die... Ja, komm. Okay. So. Fertig. Dann möchte ich was kaufen. Was suchen Sie denn? Ja, ich suche ganz viele Kronkorken. Zum Verkaufen. Flammenwerfer Heckenschützengewehr. Ich habe da noch eine Jagdflinte und zwei Jagdflinten. Und dann verkaufen wir die einfach. Dann haben wir hier noch ein Messer und da noch ein Messer. Splittergranaten. Zwei Trennmesser, die behalten wir. Dann können wir das... Nein, Hilfe verkaufen wir nicht. Aber wir verkaufen anderes Zeug. Die ganzen Aschenbecher. Bleistift, Briefbesperrer, Bügeleisen. H-Klammer verkaufen wir nicht. Da muss ich immer aufpassen, dass ich die nicht versehentlich mitverkaufe. Ja, die... Und die zerbeulte Blechdose. Ansonsten haben wir ja jetzt nichts mehr, was wir noch verkaufen könnten. Doch, Pfeil. 21 Pfeile und zwei Raketen. Weil die benutze ich ohnehin nicht. So, und dann kriegen wir... Kriegen wir wieder 500 Kronen Korken. Danke. Sehr gut. Zeit, dass ich gehe. Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer viel Munition auf Lager. Und dann schaue ich... Das ist nicht umsonst abgesperrt. Der verkauft Klamotten. Die verkauft Medizin, glaube ich. Willkommen. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf der Suche nach einem Quick Fix? Nein, ich bin auf der Suche nach einem Stimpex. Wir haben alle Arten von Medikamenten. Sehr gut. Ameisenpheromone. Nee, aber ich brauche einen Stimpex. Wie viel kaufen wir denn? 5, 33. 330 sind 190. 360, 180. Nee, 180, 360, 350. 180. Ja, kaufen 5. 165. Ja, okay. Ein kleiner Rechenfehler war drin, aber so schlecht habe ich da jetzt auch nicht gelegen. Ja, akzeptieren. Beenden. So, äh, warte, ich habe noch was verkaufen. Wir haben alle Arten von Medikamenten. Ich habe noch Schnaps, den ich verkaufen kann. Dann kriege ich das Ganze noch ein bisschen billiger. Hilfe. Bramensteg. Buffout. Cram. Hundefleisch. TP plus 5. Den kann ich verkaufen. Jet. Jet. AP plus 30. Die verkaufen wir. Medikamenten. Nougat Cola. Quantum. Psycho. Redevail. Schmutziges Wasser. Wert 10. Ah ja, die verkaufen wir auch. Und dann haben wir hier natürlich noch Whisky. Und Wodka. Verkaufen wir denen noch. Den Whisky behalten wir. Akzeptieren. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Ja, das denke ich auch. Weil ich habe bestimmt wieder viel zu verkaufen. So. Munition. Für Sturmgewehr. Was hat denn das Sturmgewehr für eine Munition? 5,56er. Ich dachte, davon hätte ich ganz viele gesammelt. Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie es einfach. Ja. Ich bräuche Kriegsgeräte. Was suchen Sie denn? Munition. Ganz viel. Wenn denn der Preis stimmt. 5,56er. Schuss 236. Wie viel nehmen wir denn da? 100. 155. Ja. Ich denke, das sollte reichen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch was brauchen. Okay. Zeit, dass ich gehe. Wir haben immer viele Monäte. Ja, ist gut. Ja. Ich habe gehört, dass Sie Flusswasser getrunken haben. So. Sehr schön. So. Und damit war es das dann auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir in dem anderen... in dem Hospital weiter. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Euer Busfahrer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.